hmm bleiben die denn kommen sie kommen sie da laden es auf heute läuft schleppend was willst du rede mit mir ein muffin sollst du kriegen spanner stür kommen kunden kommen sie da kommt ein kunde hallo meine ich habe gar nicht mit ihnen gerechnet ein brei natürlich willkommen zurück ich muss geschirr abwaschen muss das wasser hier noch fünf geschirr stücke abwischen genau abwaschen gekochte eier also fort kennen sie schon die sind ja auch in meinem garten da kommen sie da kommen die hungrige und durstige meute gleich geht's ab hallo und dankeschön jetzt kommen sie alle hier machen und brei dann haben wir noch mal ein brei dann haben wir eier nochmal brei und brei und eier und brei heute gibt es nur eier und brei ok ich höre die araune immer noch ne wo das essen und trinken ist rausgeflogen wir müssen uns wir werden uns da was neues überlegen aber aktuell ist das erstmal draußen ich habe keine ahnung der titel ist brandneu bestimmt die nutze ich bestimmt nicht schon seit fünf oder sechs so das brauchte ich jetzt kurz ich will die einfach nicht rausziehen ich will dass die dafür immer wohnt das war es alle jawohl ja ich kann endlich das ding weg machen und dann kann ich meine geschütten spülen maschine dahin schlaubert ist viel zu groß ist doch jetzt blöd ja keine ahnung und wie rum denn eigentlich ich denke so oder steht doch quer weiß nicht ob das geht guck mal kurz an ich habe kein wasser mehr ich habe gepennt ähm 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 muffin muffin bier brei ok muffin könnte eng werden ne 1 2 muffin muffin äh da wollte normales bier ein brei brei ist glaube ich problem oder ja brei haben wir keinen mehr ne wir haben nur noch eier ähm ich muss mal kurz hier den den brei von der karte nehmen oh muffin 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 ich habe leider keinen brei tut mir leid äh bier und du kriegst auch noch einen muffin im moment so was möchte der herr äh ein stark bier das ist das hier würde jetzt muss ich aber schnell wasser holen so so ja hijack ja willkommen in der zukunft was willst du ja ja was auch immer du sagst ich habe keinen brei habe kein brei und dann auf euren mülchen zu werfen so geht das nicht stressig stressiges tavernen leben ein stark bier der herr natürlich 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 was macht mein geschirr das ding ist killer das spart zeit es gibt es kein trinken mehr gibt ich trink immer zu wenig also so wenig trink ich ja gar nicht es war ein bisschen ein wenig nervig auf dauer weil ich trinke eigentlich wenn ich durst habe und nicht wenn ich gezogen werde so und mit dem essen ist es so das problem meistens esse ich sogar noch vorm stream irgendwie was damit ich im stream halt nicht so hunger habe oder so möchte die ganze zeit irgendwie noch so gummibärchen und keks und sonstige sachen essen soll ist das halt ein bisschen er hat keine ist das ein bisschen der will noch mal was wir zu der will machen ich muss machen zu einer karte nehmen offen so einmal muffin einmal eier wieso kann ich denn kein waren alle krüge dreckig ich habe die nächste stufe wunderbar so du willst machen bitte du kriegst machen du kriegst stark bier immer noch moment ich bin sofort soweit stark bier du nehme ich mit du kriegst ein besen in die fresse und du kriegst ein bierkrug habe ich nicht moment jetzt kriegst du mir ich mach jetzt zu dir kommt die nächste kunde ich mach zu so viel zu hektisch aber mal das kann ich denk es geht kann ich verkaufen so ich ziehe die jetzt raus der tag ist gekommen aber sie ist so cool ruhe in frieden bringe honig ich habe aber nur noch zwei krötenbeine krötenbeine habe ich sogar zwei stück aber ab hier wird nicht rumgefurzt stinker was sind wir denn hier ja da verkaufen wir direkt lebensmittel kann ich bei dir ich kann honig kaufen okay ist ein bisschen teuer aber wir kaufen jetzt einfach ich habe kein bock und ist zu schlachten da hinten dann haben wir alles da bringen wir das jetzt mal zu der kräuterhexe da hinten aha warum kann ich die nicht mitnehmen schöner bogen ziemlich verarscht den pilz nie weit so kann man das noch ein pilz 1 maragd pilz so der bär ist gerade nicht vor ort guten tag das ist definitiv nicht ein fruch ich verstehe nicht was es überhaupt ist hier, mach das, was hat er gewählt perfekt, nur was ich brauche warte einen Moment hier, mach es zum merchant er wird es zur Schule okay, ich bringe etwas Neues für einen Snack danke, ich werde warten ich bin froh, der Laufbursche für die teleportationstrank was will die jetzt? gekochte eier und traubensaft da haben wir aber ein Problem da haben wir ein Problem da bräuchte ich ein Fass auf jeden Fall ich vollidiot jetzt habe ich das Fass gekauft da habe ich ein fertiges Fass traubensaft gekauft ja gut ich brauche eventuell eine Presse bestellbrett noch oh ne ich komme jetzt schon nicht hinterher ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll erst lesen, dann klicken ja da ist was dran aber eine Presse, die brauche ich definitiv ich hätte gerne Jukebox, ehrlich gesagt kaufe ich jetzt einfach ich gönne die mir jetzt einfach mal ähm Alchemie wir kaufen es warum nicht was ich aber auf jeden Fall brauche ist den so gut 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 so starkbär ist jetzt eh alle Traubensaft so Traubensaft oh gekochte Eier habe ich noch gekochte Eier? nö habe ich nicht aber hier habe ich vielleicht zack so dann haben wir auch alles was ich will meine Nase so die Jukebox die stellen wir gleich irgendwo hin den lasse ich mal da äh dreckiger Krug nö ähm oh Gott der Riesenklopper hier da unten unter die Forelle die also die und die 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 Krass Was ist das? Ach doch, ist ganz cool Hat was Wenn man sich direkt davor steht, ist auch nicht so laut Oh Das ist cool, das gefällt mir Macht es hier schon gleich gemütlicher So Den würde ich auch ganz gerne nochmal Äh Und das platzieren Und den dann auch So Das Ding Würde ich gerne hier hinten rein stopfen Hier hin vielleicht Passt ja Äh Alchemie-Ding, das machen wir auch hier nicht, oder? Alles was Okay, was auch immer Äh Was mit Karottensaft Ja, geil Hm Feine Sache So Äh Der Grill Hinterofen Ich pack mir den Grill Ich weiß, dass es später einen fortschrittlichen Grill gibt Ich So Dann kann ich den Ofen nochmal hier hin machen Äh Hatten wir noch irgendwas? Nö Dann haben wir das hier so ein bisschen zusammengestellt Das Ding lasse ich jetzt erstmal da hinten Ja, schmeißen wir nochmal rein Traubensaft-Eier hab ich So Dann latschen wir nochmal Und bringen die armen Frau das Essen Bevor sie verhungern muss Ja, nix mehr zu trinken Ich hab Aber schön, dass ich das Glas ansetze Bevor ich feststelle, dass nix mehr drin ist, ne? Da muss ich gleich nachschauen Oh Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel Oh Gott, der Bär ist wieder da Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so viel bietet Für den Preis Das ist echt der Wahnsinn Goodnight Guten Tag Dann wollen wir schondu sitze Die ganze Populationриier Ich hab ja ruhig gekauft. Ich hab den Kessel gekriegt, den ich mir eben gekauft habe. Naja, ich kann, okay, ich krieg aber auch eins zu eins, glaube ich, das Geld zurück, kann ich wieder verkaufen. Da muss ich sagen, bei dem Spiel hätte ich es vielleicht, also ist natürlich eine Entscheidung von Entwicklern, aber da hätte ich es vielleicht einfach so gemacht, dass ich sage, okay, du musst die Quests machen, damit du die Gegenstände bekommst und du kannst sie halt nicht kaufen. Oder halt erst ab dem Zeitpunkt dann nachträglich noch vielleicht einen zweiten kaufen, wenn man das braucht. Hätte ich jetzt persönlich so vielleicht entschieden. Aber ja, halb so schlimm. Soll ich eins zu eins mein Geld wiederkriege, habe ich es nicht verplempert und das ist okay. Rede mit dem Händler, das machen wir sofort. So, was kostet mich der Kessel hier? Ja, 550 und ich kann ihn verkaufen für 550, das ist okay. Damit kann ich leben. Nachrichten von den Fiedern, oder eher von den Flüssen. Sie sagen, dass jemand auf dem Flüssen dich anruft, um Hilfe zu geben. Ich sehe, das Land ist voll von Gefühlen über deine Fähigkeiten. Ich würde mich überraschern, wenn ich dich wäre, nur in der Fall. Ich finde ein Mädchen. Oh, okay. Ähm, Moment. Ich will mal kurz meine Tasche leer machen. Ähm, ich möchte gerne den Trank mitnehmen. Den Regenerationstrank würde ich gerne mitnehmen. Ähm, das lasse ich gerade mal alles hier. Das brauche ich gerade nicht. Den Apfelrest können wir gleich verkaufen. Die Äpfel nehmen wir mit. Äh, die schmeiße ich gerade mal da rein. So, äh, den verkaufen wir. Und davon kaufen wir nochmal welche. Oh, die Abendpost ist fast kaputt. Das ist natürlich uncool. Äh, äh, äh. Ja, zur Not haben wir die Axt. Ähm, wo hat er gesagt, ist die? Am warmwasser, ne? Eine Meerjungfrau, oder wie? Jemand hat ein halbnacktes Mädchen am Strand gesehen. Du solltest sie näher kennenlernen. Nun, das sollst du mir nicht zweimal sagen. Wo geht's zum Wasser? In die Richtung. In die Richtung ist der See. In die Richtung. Sinn ist für die Richtung.